Heinzel Industriesysteme ist heute international erfolgreicher Entwicklungs- und Systempartner mit über 55 Jahren Erfahrung für Fluid- und Antriebstechnik, Handhabungs- und Automatisierungs- sowie Gebäudetechnik. Angesiedelt ist das österreichische Familienunternehmen mit Entwicklung, Produktion und Vertrieb heute in Linz. Die ersten Hydraulikaggregate wurden bereits 1965 auf einem Bauernhof bei Linz gefertigt. Damals wie heute ist Heinzel darauf spezialisiert, kundenindividuelle Systeme und Anlagen für höchste Ansprüche zu realisieren. Daran arbeiten heute täglich mehr als 850 Facharbeiter, Lehrlinge und Entwickler sowie Spezialisten aus weiteren Berufen. Zu unseren Kunden zählen alle österreichischen Maschinen- und Anlagenbauer, insbesondere auch die sehr erfolgreichen oberösterreichischen Unternehmen. Dazu gehören Kunststoffmaschinenhersteller, Seilbahnhersteller, Spezialfahrzeughersteller und auch die Bahnbau- und Maschinenhersteller. Das sind unsere Kunden, für die wir unsere Teile liefern. Es freut mich, dass wir schon seit vielen Jahren, ja eigentlich Jahrzehnten, unsere Kunden hier in Oberösterreich und in Österreich geliefern dürfen. Teamarbeit wird sowohl bei den Mitarbeitern wie auch in der Geschäftsführung großgeschrieben. Die beiden Geschäftsführer Wilhelm Aibner und Björn Fellner stimmen sich laufend eng ab. Die Berücksichtigung unserer fünf Unternehmenswerte durch jeden Mitarbeiter, jede Führungskraft ist uns besonders wichtig. Diese Werte sind Teamgeist, Wertschätzung, Verlässlichkeit, Lernfreude und Begeisterung. Wir wissen, dass wir durch das Leben und Vorleben dieser Unternehmenswerte erfolgreicher sind und eine Unternehmenskultur des Zutrauens und der Motivation schaffen. Besonders große Freude und besonders großen Erfolg macht uns unsere eigene, mehrfach ausgezeichnete Lehrlingsausbildung. Wir beschäftigen laufend ca. 80 Lehrlinge in allen Lehrjahren in überwiegend technisch anspruchsvollen Berufen. Unseren Mitarbeitern bieten wir unter anderem auch eine Erfolgsbeteiligungsprämie, eine attraktive Homeoffice-Möglichkeit und ein eigenes Fitnesscenter mit Gesundheits- und Gymnastikkursen mit eigenem Massageangebot und natürlich Karriere mit Perspektive und Technologie für höchste Ansprüche. Der konsequente Einsatz für Qualität und höchste Ansprüche in allen vier Geschäftsbereichen macht sich in beständigem Wachstum der Unternehmensgruppe bezahlt. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen Aquasys und Franconia erzielt Heinzel 2020 eine Gruppenleistung von rund 155 Millionen Euro. Das solide Wachstum investiert das Unternehmen in den Ausbau des Firmensitzes in Linz, der 2022 fertiggestellt wird und Platz für die weitere Entwicklung, den Vertrieb und die Produktion von technologischen Unikaten für den Weltmarkt und für neu engagierte Mitarbeiter bieten wird.